Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Radio Zonkolan. Hier ist Ingo, ich bin euer Gastgeber, ich bin leidenschaftlicher Radsportler, Radreiseveranstalter und Jugendtrainer im Rennradverein. Und natürlich habe ich wieder Laurin dabei, unseren Experten in Sachen Sportwissenschaft, erfahrener Rennradcoach und Radfahrer natürlich. Hi Laurin. Hi Ingo. Gemeinsam tauchen wir ein in die faszinierende Welt des Radsports, präsentieren euch spannende Themen, Expertentipps und packende Geschichten. Freut euch also auf eine inspirierende Zeit mit Radio Zonkolan. Ja, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe wieder einen Gast, freut mich sehr. Daniel Gathof. Wir machen das gleich so, dass du selber dann auch ein bisschen erzählen darfst. Ich erzähle, woher ich dich quasi aufgeschnappt habe, wo ich dich das erste Mal gesehen habe, in welchem Kontext. Darüber, glaube ich, sprechen wir heute auch am meisten. Du bist jemand, der mit Fahrradfahren Geld verdient, wenn ich es richtig verstanden habe. Und du engagierst dich eben in Ruanda, hast dort ein Charity-Programm ins Leben gerufen. Und so sind wir sozusagen übereinander gestolpert, beziehungsweise haben uns quasi getroffen, weil wir uns beide sehr für Ruanda interessieren. Und ja, erzähl mal ein bisschen über deinen Hintergrund. Und dann können wir auch später darüber reden, wie Ruanda dazu kam. Ich habe gesehen, dass du auch erfolgreiche Rennen da bestritten hast, unter anderem. Boah, ja, also jetzt wird es schwierig, weil da schon ein paar Jährchen Radsport dranhängen bei mir. Aber ich will eigentlich relativ schnell zu Ruanda kommen, weil das ist mit ein Grund, warum ich schon so lange Fahrrad fahre. Ich suche mir neben meinen üblichen Wettkämpfen, die ich hier in Deutschland, Europa und so weiter habe, auf dem Mountainbike, die Disziplin ist Marathon, habe ich mir schon immer irgendwie, ja, einmal im Jahr oder alle zwei Jahre was Besonderes ausgesucht, wo ein bisschen Exotik dahinter steht, wo ein Land dahinter steht, wo du sonst nie im Leben hinreisen würdest, wo du nie Urlaub machen würdest, wenn du jetzt nicht da ein Radrennen fahren würdest. Und das ist eben der Grund, warum Ruanda. Und das ist dann einfach ein bisschen hängen geblieben, aber da kommen wir später dazu. Und ja, kurz zu mir. Also ich habe schon die 40 überschritten, mache Radsport seit 20, 25 Jahren. Wenn man die Jahre als kleine Stöpsel noch mit dazu nimmt, schon deutlich länger. Profi ja, wobei vielleicht nicht dieser klassische Radprofi, wie man jetzt irgendwo kennt mit Team im Hintergrund, sondern ihr macht das als One-Man-Team schon relativ lange. Und das sind die Ergebnisse, das eine, aber da gibt es auch ein paar Gröschen zu verdienen, aber dass ich einfach mit Firmen zusammenarbeite, den Content liefere, auch viel mit Mitarbeitern von Firmen mache, das ist dann vielleicht so der Mehrwert, wo ich auch fürs Radfahren Geld bekomme, aber eben dann, dass ich auch andere Menschen fürs Radfahren begeister. Genau, das ist so mein Leben und da habe ich eine relativ gute Balance und darum kann man das auch noch mit über 40 machen und auch, ich denke, schnell machen. Also Startnummer vorne dran macht noch viel, viel Spaß. Und solange das funktioniert, dass man da auch noch den 20-Jährigen im Rennen ärgern kann, so lange, glaube ich, bleibt es auch noch. Ja, das ist interessant, dass du das gerade noch mal sagst. Ich fand das ganz interessant, weil ich hatte nämlich immer gedacht, wenn man jetzt Profi ist, dann braucht man immer ein Team. Aber ich habe es gesehen, du fährst immer mit Trikot, da steht dein eigener Name drauf. Ist eigentlich auch ganz cool, wenn man ein Team hat, wo man quasi eigentlich selbst das einzige aktive Teammitglied ist, auch wenn natürlich da einige Leute wahrscheinlich im Hintergrund dich unterstützen, letztendlich auch mit Firmen. Aber du gibst ihnen eben auch was zurück, finde ich spannend, weil das ist im Prinzip so ein bisschen das, wo sich es hin entwickelt hat. Ich nehme an, dass du es nicht immer so gemacht hast, aber du hast jetzt eben diese Aktion sozusagen, auch vielleicht aus diesem Hintergrund, würde ich jetzt mal unterstellen zumindest, gegründet, aber auch zurückzugeben. Also witzig finde ich, uns verbindet so ein bisschen dieses zu exotischen Ländern, zieht es uns hin und das ist schon schön, wenn man dann das Gefühl hat, man kann vielleicht auch irgendwas bewirken, weil man natürlich dort schon ganz andere Lebensrealitäten irgendwie auch wahrnimmt. Also ich kann mich in Ruanda erinnern, da gibt es halt einen Bike-Laden. Und der ist, sage ich mal, für unsere Verhältnisse nicht so arg gut sortiert. Und das ist... Also es gibt mehr wie einen Bike-Laden, weil also wenn ich einen Vortrag über Ruanda halte oder die Geschichte erzähle, dann sage ich wirklich oft, ja es gibt nur einen Bike-Laden, wo er irgendwo gutes Material bekommt. Und das wäre so korrekt, also wenn du gutes Material willst, wobei gutes Material auch nicht unsere Standards sind, aber, sage ich mal, irgendwo für ein Rennrad, ein Ersatzteil für ein Mountainbike, dann hast du in dem einen Laden die größten Chancen. Aber es gibt ja schon in jedem Ort am Straßenrand, ja irgendwo so einen kleinen Store, wo sie vor dem Store auf der Straße mit Steinen die Laufräder gerade kloppen, weil ja diese Lastenräder, wo die da haben und das Fahrrad ist Verkehrsmittel Nummer 1, das muss ja irgendwo repariert werden. Aber das ist weit weg von dem, was wir als Radladen definieren. Und ja, kurz zu mir, warum ein One-Man-Team, das ist auch simpel. Ich bin Mountainbiker, im Mountainbike bist du überhaupt nicht an ein Team gebunden. Auf der Straße sieht es anders aus. Mountainbike, sage ich immer, ist da ein bisschen ehrlicher. Es gewinnt immer der Stärkste am Schluss. Da ist Taktik, Helfer, Wasserträger, spielt überhaupt keine Rolle, weil du musst gute Fahrtechnik haben, du musst Kraft in den Beinen haben, musst ein bisschen Köpfchen haben. Von dem her ist jetzt so die klassische Teamstruktur mit Helfer und Sprinter und Bergfahrer da gar nicht so zu Gange. Und der zweite Grund, warum ein One-Man-Team ist, weil wir alle, denke ich, lieben Radsport oder fahren gern Fahrrad, aber es ist ein Sport, wo leider immer noch sehr, sehr wenig Geld verdient wird. Und ich behaupte mal, ich bin nicht ganz, also ich bin schon ein paar Mal gefallen, aber nicht auf dem Kopf und habe dann irgendwann auch mal gesehen, okay, wenn du jetzt einen Sponsor findest, einen Gönner, eine Firma, die sagt, Radsport findet man gut und wir unterstützen da Fahrer oder ein Team, dann sind das kleine Summen, wo da im Raum sind. Und denen ist primär erstmal egal, ob die Summen an ein, zwei, drei Leute gehen. Hauptsache, die wollen den Radsport irgendwie fördern. Und natürlich, klar, wenn du alleine bist, bleibt sie bei dir. Wenn du vier Fahrer, fünf Fahrer im Team bist, musst du unter Umständen die gleiche Summe oder nur unwesentlich mehr durch fünf Köpfe teilen. Und dann ist, was du verdienst, dann geht es, sieht es da relativ schnell mau aus. Und darum ist diese Geschichte One-Man-Team für mich auch lukrativ. Ja, da muss man vielleicht dazu sagen, also ich bin natürlich, ich komme halt so eher aus dem Radsportbereich, den man mehr wahrnimmt im Fernsehen, so Straße und so. Also ich komme, früher habe ich nur Fahrradfahren im Fernsehen geguckt, da kommt alle vier Jahre Olympia. Aber deswegen natürlich von der Idee her, haben viele natürlich wahrscheinlich, oder zumindest Leute, die eher sich für Straßenradsport interessieren, das im Kopf mit den großen Teams, mit den Helfern. Aber ich finde es interessant, dass du das jetzt sagst. Im Grunde genommen gewinnt beim Mountainbiken meistens derjenige, der besser ist. Es gibt keine Sprintertypen und es gibt keine, sage ich mal, klassischen Bergfahrer. Aber dafür gibt es natürlich verschiedene Disziplinen, muss man dazu sagen, weil du auch anfangs sagtest, Marathon machst du. Und dann gibt es ja in Ruanda, gibt es ja dieses Ruanda-Epic. Und da gibt es ja auch das große Beispiel, wo wir auch in der letzten Folge mal drüber gesprochen hatten oder in einer der vorigen war, das Cape-Epic, das kennen sehr, sehr viele. Aber in Ruanda gibt es das eben auch. Und das war dann eins der Rennen, die du dann in Angriff genommen hattest. Wie bist du auf die Idee gekommen? Also einfach nur irgendwie gesagt, oh, da gibt es eins, da gehe ich jetzt hin. Oder war Ruanda vorher schon in deinem Kopf? Hast du gesagt, da möchtest du jetzt unbedingt explizit hin? Okay, also Ruanda Epic ist ein Mountainbike-Etappenrennen über fünf Tage. Und wer jetzt so ein bisschen rennradlastig unterwegs ist, der weiß, Etappenrennen, Tour de France, wie das funktioniert. Jeden Tag eine Etappe, meistens ein Prolog vorne dran. Und ich bin auf dieses Rennen gekommen, weil, wie eingangs erwähnt, war mal wieder Zeit für ein bisschen Abenteuer, ein bisschen was anderes, wie eben schon zum zehnten Mal in Deutschland irgendeinen Klassiker-Marathon zu fahren. Und also mit Ruanda hatte ich sonst noch gar nichts am Hut. Ich war öfters in Südafrika, also besagtes Cape Epic und so weiter, kenne ich alles. Aber zuallererst hat mir das Logo relativ gut gefallen, ein Gorilla. Und ja, Ruanda ist einfach Land der Gorillas. Und ja, dann bin ich mir ein bisschen mit den Jungs in Kontakt gegangen, die das organisieren. Und bei mir ist es so, als Profi, dann wird man schon oft eingeladen und schwätzt im Vorfeld einfach ein bisschen. Dann war klar, okay, die Einladung steht. Ich gehe da runter und weile es einfach von den Bildern, von der Landschaft und auch vom Land. Natürlich hat man dann so ein bisschen mit Google, Wikipedia versucht zu recherchieren. Nach einer coolen Aktion aussah, habe ich mir auch kleinen Fotografen eingepackt, weil das wissen ja mittlerweile auch alle, wer ein bisschen Geld verdienen will, muss Content liefern. Und da ist nicht nur das Bild auf dem Podest gemeint. Genau, und so bin ich dann da runter und wie gesagt, mit dem Veranstalter ein bisschen im Vorfeld Kontakt gehabt. Rennen sah cool aus, war alles durchorganisiert. Und dann war nur noch eine Frage, weil ich als alter Schwabe relativ viel Klamotten im Keller gebunkert habe, die zu gut zum Wegwerfen waren, dass ich bei dem Veranstalter, da war ein Belgier, muss man sagen, mal angeklopft habe, aber mir irgendwie einen Kontakt vermitteln kann. Ich wusste mittlerweile durch die Recherche, dass Ruanda absolut Radsport verrückt ist. Gar nicht, was Mountainbike angeht, sondern eher Rennradsport. Und eben diese Lastenräder, Taxiräder und so weiter. Da habe ich mich gefragt, ob er irgendwie einen Radclub oder irgendwas für mich hat, wo ich diese Klamotten loswerden kann. Das ist interessant. Ich weiß, wann war das in welchem Jahr? Das war bei mir 22 im April, also nach Corona. Ich wollte eigentlich schon Ende 21 hin, da wurde es verschoben wegen Corona und dann im Frühjahr 22 durften wir runter. Das ist interessant, weil du das mit den Klamotten so ansprichst, weil der Simon de Schütter ist es, oder Simon de Schütter. Die machen das ja auch bei dem Gravelrennen immer so, dass die sagen, also als Pflicht, wer da teilnimmt, soll man also irgendwas spenden. Eine Pflicht ist nicht, aber so eine Soll-Geschichte. Und finde ich cool, dass du das selber dann quasi gemacht hast. Und daraus hat sich dann in der Folge quasi ein ganzer Verein entwickelt. Und ja, der heißt Shift Up Ruanda. Vielleicht muss man dazu sagen, dass diese ganzen Fahrräder, die die überwiegend benutzen, sicherlich nichts zum Schalten haben, sondern die haben einen starren Gang. Eine Gabel aus Baustahl. Und trotzdem fahren sie dann immer liebend gerne neben einem her und grinsen einen so ein bisschen an, weil sie natürlich schon ganz schön fitte Jungs sind. Und dahin geht es wahrscheinlich jetzt so ein bisschen, wenn ich es verstanden habe, eben auch dann da vielleicht die Möglichkeit zu geben, mit gutem Material zu trainieren und vielleicht auch Talente dann da eben die Möglichkeit zu geben, sich sportlich zu entwickeln. Jein. Also das war vielleicht auch bei mir als Sportler so der erste Gedanke. Ich bringe da ein paar Trikos mit, ein paar Helme, ein bisschen Mountainbike-Ersatzmaterial brauchte ich nicht mitbringen, weil ich wusste im Vorfeld, es gibt keine Mountainbikes, also brauchen sie da kein Ersatzmaterial. Ja, aber wie es so oft ist vor Ort, hat sich dann ein bisschen als andere Story entpuppt. Und den Kontakt, den ich hatte, dieser Mensch hieß Florant oder heißt Florant und hat eine Cyclingakademie, die Twin Lakes Cyclingakademie. Twin Lakes sind zwei Säen dort in Musanse. Und Musanse ist die Stadt, wo man sagt, das ist so ein bisschen die Radsport-Hochburg. Da ist auch ein Cyclingcenter, wo von der UCI ein bisschen gepusht wird und so weiter und so fort. Ja, und Florant hat eigentlich eine ganz tolle Story. Der ist kein Radfahrer, kein aktiver Radfahrer, sondern ein Radfreak. Also der die ganzen Geschichten von Tour de France und so weiter alles kennt und am Streckenrand steht und Edelfan ist. Und der hat einfach eine kleine Akademie, wo er mit Kids radeln geht. Das war so die erste Info, wo ich hatte. Und vor Ort hat sich Florant relativ gut um uns gekümmert. Und war dann auch lässig, dass wir dann bei ihm zu Hause mit zehn Kids die Klamotten ausgepackt haben und ich den Helm her eingestellt habe. Ja, noch während dem Etappenrennen, während dem Run den Epic, da war eine Etappe relativ kurz. Und dann haben wir am Nachmittag die Aktion gemacht. Sind noch eine Stunde gefahren und so weiter. Aber da steckte mehr dahinter. Und zwar ist sein Ziel mit dieser Akademie nicht, dass er jungen Menschen den Sport ermöglicht und Talente entdeckt, sondern er nutzt das Fahrrad, damit junge Menschen zur Schule gehen. Und jetzt denken wir vielleicht im ersten Moment, weil es auch so eine kleine Story ist, die es in vielen afrikanischen Ländern gibt, dass die Kinder, Jugendlichen mit dem Fahrrad zur Schule fahren können, weil die Schule halt fünf Kilometer weit weg ist. Nee, die haben eine relativ gute Infrastruktur, dass es eigentlich in jedem Dorf Schulen gibt. Die haben auch, das habe ich auch erst im Nachgang erfahren, was Grundschulen angeht, eine relativ hohe Quote an Kids, die da reingehen, über 90 Prozent. Die haben aber ein Problem. Und zwar hat der Präsident gesagt, er guckt, dass die Grundschule frei ist, dass da möglichst viele Kids reingehen. Aber wenn es dann in die Sekundarstufe geht, also weiterführende Schule, müssen die Eltern Schulgeld zahlen, sind die ein bisschen gefordert. Und was dann passiert ist, dass der Papa sagt, Bub oder Mädchen, du kannst jetzt ein bisschen rechnen, ein bisschen schreiben, ein bisschen lesen. Ist cool, langt, weil jetzt kannst du mit mir aufs Feld gehen. Das bringt Geld für die Familie. Wenn du aber weiterhin in die Schule gehst, dann kostest du Geld für die Familie. Und dann geht es von diesen 90 Prozent relativ schnell abwärts. Und jetzt kommt so ein bisschen dieser Genozid, dieser Völkermord, wo Rwanda bekannt für ist, mit ins Spiel, dass die Menschen, die jetzt Kinder haben, zu der Zeit, wo dieser Völkermord war, alle auch Kinder waren. Sprich, die haben auf gut Deutsch einen Knacksweg. Also kann mir keiner erzählen, dass du dann irgendwo einen Schaden hast, wenn du deine Eltern, deine Familie verlierst. Und sowas auch bei Florent. Florent saß dann irgendwann mit uns im Auto. Und wir haben da mal gesagt, du erzähl mal, Genozid, wie hat dich das betroffen? Wen hast du verloren? Hast du jemanden verloren? Und dann sagt er, ja, ich habe jemanden verloren, meine Familie. Und dann auch ein bisschen, ja, fast schon dumm, naiv, sagst du, oh, tut mir leid, hast du deine Eltern verloren oder Geschwister. Sagst du dir relativ knallhart, nee, meine Familie, 200 Leute. Ich und mein Cousin waren die einzigsten von unserer ganzen Familie, die überlebt haben mit sieben Jahren. Ja, und dann bist du erst mal kurz ein paar Minuten still, weil das sitzt dann tief. Und was beim Florent passiert war, das macht jetzt die Geschichte rund, er hatte dann, so eine Person wie mir, ein bisschen älter, die irgendwo sozial veranlagt war, wo sich um ihn gekümmert hat, und die Person hat ihn mal gefragt, was können wir machen, dass aus dir was wird. Und ein kleiner Florent sagt, kauf mir ein Fahrrad. Damals hatten wohl nur die Lehrer Fahrräder, sagt er, er war stolz wie Bolle, ist wieder an die Schule gegangen, konnte das Fahrrad neben die Bikes oder Fahrräder Lehrer stellen, alle haben ihn so ein bisschen bewundert und das war so seine Motivation, dass er Schule macht. Und dann klassisch einfach Schule fertig gemacht, Bildung, einigermaßen guter Job, also hat seinen Weg gemacht. So ein Paradebeispiel, Afrika, Bildung ist alles. Und jetzt nutzt er genau das, was ihm passiert ist, um eben auch Kids von der Straße zu holen. Also sind wir wieder bei, nicht bei kleinen Kindern, sondern eher bei, ja, Jugendlichen, also irgendwo so ab zehn Jahre, die, aus welchen Gründen auch immer, auf der Straße sitzen, weil sie vielleicht von zu Hause irgendwo Gewalt erfahren, weil sie sagen, nee, ich will Schule fertig machen, aber Eltern ermöglichen es nicht. Dann sind sie entweder auf der Straße oder bei Verwandtschaft irgendwo. Wenn bei Verwandtschaft, klar, wer zahlt Schulgeld? Verwandtschaft sagt, du, ich bin dein Onkel, kannst hier wohnen, aber Schule zahle ich dir nicht und ist ein bisschen tricky. Und das setzt er eben an, auch mit dem Thema Radsport und sagt, hey, ihr könnt bei mir Radsport erlernen, ihr kriegt ein Fahrrad, ihr habt die Möglichkeit zu trainieren. Er hat auch mittlerweile sieben oder acht Kinder bei sich zu Hause, die wirklich bei ihm wohnen, die er durchfüttert und denen erst Schulgeld bezahlt. Genau. Und das hat uns so, ja, gerührt, sag ich fast mal, dass wir zu Hause erst mal grübeln mussten und, ich hoffe, dass ich keinen Shitstorm auslöse, aber zu der Zeit hat der Ukraine-Krieg begonnen. Es sind zu der Zeit, es war im Februar begonnen, wir haben im März das Rennen gehabt, ja, eineinhalb, zwei Monate. Es sind vielleicht um die 10.000 Menschen in der Ukraine umgekommen, aber der ganze Westen hat Kohle runtergeschickt, hat Waffen runtergeschickt und gefühlt jeder Nachbar hat Sachen gepackt und hat Spendenpakete in die Ukraine geschickt. Von Ruanda hat man da nicht so viel mitbekommen und da sind in in diesem Genozid innerhalb von ja, knapp zwei Monaten fast eine Million Menschen umgekommen. Also jetzt hat das Land gerade über 12 Millionen Menschen, damals vielleicht ein bisschen weniger, also da ist mal ratzfatz irgendwo 15, 20 Prozent der Bevölkerung ausradiert worden. Da haben wir gesagt, ja, irgendwie, da wollen wir ein bisschen aufmerksam drauf machen, die Geschichte erzählen, auch die Geschichte, dass die innerhalb von 30 Jahren, ist ja eigentlich eine junge Zeit, mittlerweile eines der fortschrittlichsten Länder in Afrika sind, weil er einfach ein Präsident da ist, der eine starke Vision hat und es irgendwie schafft, seine Bevölkerung mitzunehmen. Natürlich ist nicht alles gut, was der macht und Korruption und ein paar Dinge sind auch irgendwo da, ist nicht von der Hand zu weisen, ist ein Autokrat, aber er hat es geschafft, das Land nach vorne zu bringen und er hat auch das geschafft, dass die Bevölkerung nach vorne schaut, da sitzt keiner zu Hause und jammert und sagt, naja, also vor 30 Jahren alle Familienmitglieder verloren, wir sind so arm, wir sind so schlecht, sondern alle sind irgendwie so auf dem Trichter, nee, jetzt war scheiße, aber jetzt geht es vorwärts und das finde ich ziemlich cool. Und so haben wir dann hier einen Förderverein gegründet, dass wir diesen Florent unterstützen können, weil er schafft im Grunde gerade, um diese Kids zu unterhalten, um den Schulgeld zu bezahlen, bekommt ab und zu mal ein paar Spenden, aber nicht wirklich viel und ist auch ein Charakter, der nicht auf dem Putz hat, also der ist sehr ruhig und somit gucken wir das, dass wir hier einfach Geld sammeln, um ihm Schulgeld zu bezahlen und der zweite Ansatz, das ist jetzt, was du vorhin so ein bisschen gesagt hast, ist die sportliche Förderung. Ich als alter Mountainbiker sage, Coanda ist eigentlich ein cooles Land zum Biken, ist fast besser zum Biken wie zum Rennradfahren, wenn ich ehrlich bin, weil die zwar top Straßen haben, aber gehst du rechts und links von der Straße weg, ist es Schotter- oder Trampelfahrt, aber Mountainbike ist nicht, gibt es nicht und somit haben wir uns als zweite Aufgabe gesetzt, wenn sportliche Förderung, dann auf Mountainbike und haben jetzt angefangen, wir sind relativ jung, wir sind jetzt knapp über ein Jahr alt, dass man mittlerweile fünf Mountainbikes schon runter geschippert haben, jetzt macht es auch Sinn, Ersatzteile runter zu schippern, weil wenn von den fünf Mountainbikes mal einsteht, brauchen sie Ersatzmaterial, das kriegen sie in dem einen Bikeshop nicht, aber Ziel ist, noch mehr Mountainbikes runter zu schicken, auch Kinder Mountainbikes, dass wirklich die Kids schon anfangen, Mountainbike zu fahren und dann bin ich mir ziemlich sicher, in vier, fünf Jahren, wenn sie dann die Fahrtechnik und so drin haben, dann haben wir da relativ gute Sportler, was das angeht. Genau, also war es sehr weit ausgeholt, vielleicht hast du jetzt ein paar Fragen. Also das war auf jeden Fall schon mal sehr eindrücklich und ich glaube, er ist noch immer am Laufen, das Ding ist, glaube ich, weil du die Situation meintest, dass das zu dieser Zeit, in Deutschland und Europa vor allem, der Ukraine-Krieg so im Fokus stand, ich glaube, das ist halt wirklich so ein bisschen das Problem, in Afrika gibt es so viele, ich sage ich mal, auch persönlich tragische Geschichten, über die ganzen Jahrzehnte letztendlich, seit immer irgendwie, dass das natürlich irgendwie so als gegeben hingenommen wird und sobald in Europa mal was ist, ist natürlich dann der Aktionismus, wenn man das mal schon fast so nennen will, also schon sehr groß und man vergisst halt den Rest der Welt dann auch schon ein bisschen. Also das ging mir in anderen Ländern schon so, also ich war in Myanmar zum Beispiel, wo man halt einfach, die meisten Menschen wissen gar nicht, wo du siehst, geschweige denn, dass das Land so heißt, unter Burma kennt man es, aber das war jetzt vor ein paar Jahren mal ein bisschen in der Presse, weil da ging es um diese Nobelpreisträgerin, Friedensnobelpreisträgerin, die dann freigelassen wurde, jetzt wurde sie wieder verhaftet von der Militärrunde und so und das war dann eine Meldung, dann bin ich wieder zu Ende. Um das Land kümmert sich kein Mensch und in Afrika gibt es eben auch eine ganze Menge Länder, glaube ich, bei denen das eigentlich irgendwie so ist und in Ruanda dieser Genozid, ich meine in den 90er Jahren war das, glaube ich, den Leuten schon klar, dass da wirklich, also dramatischste Umstände herrschen und das Land wird heute immer noch damit verbunden, aber wenn man dann hingeht, merkt man schon, okay, irgendwie von außen kommt nicht so viel, also ich persönlich hatte nicht den Eindruck, dass man jetzt da überall an allen Ecken, sage ich mal, Aktionen von europäischen oder auch in anderen internationalen Organisationen sieht und ja, die Ruandis müssen das so selber machen, aber das machen sie, den Eindruck hatte ich auch, also die sind so Schaffer, Schaffe, Schaffe, Häusle bauen so ein bisschen, habe ich das Gefühl gehabt, aber auf der anderen Seite eben jetzt die Frage, diese Akademie, es ist wirklich eine private Initiative, der hat das wirklich selber aufgebaut, wenn ich es richtig verstanden habe und jetzt geht es erst einmal darum, den zu unterstützen, das heißt also, jeder, der spenden will, kann im Grunde genommen einfach mit einer Spende helfen, wer in den Verein kommen möchte, kann auch das wahrscheinlich tun und wenn jemand ein Mountainbike hat, aktuell habe ich die Kleinanzeigen so mal durchgeblättert, es gibt sehr viele Mountainbikes, die da angeboten werden, weil ich bin da nicht so in Firmen drin, aber wir hatten jetzt die Tage schon mal davon, es ändert sich technisch viel, aber ein Mountainbike von 2018 ist wahrscheinlich für die immer noch hervorragendes Material oder was wäre jetzt sozusagen das, was die Leute wirklich aktiv tun können, um dann da weiterzuhelfen mit Dingen, die vielleicht bei Ihnen im Keller einfach verstauben? Genau, also wir haben versucht, diese Aktion ein bisschen greifbar zu machen, das heißt, wer bei uns auf die Website geht, Shift Up for Rwanda, findet man bei Google oder genau, Instagram sind wir aktiv, da haben wir Spendenpakete definiert, einfach um so ein bisschen zu zeigen, was kann man mit welcher Summe bewirken und da ist, was Geldspenden angeht, klar, erstmal so die Education-Spende, die große, die am meisten bringt, das sind 300 Euro und das ist ein Betrag, wo uns Florant genannt hat, die Schulgebühr sind nicht ganz 300 Dollar, die sind 250 Dollar, wo er abdrücken muss, aber noch mit Bekleidung, ein bisschen Schulmaterial kommt das so auf den Preis und haben gesagt, okay, wenn wir das so eins zu eins nehmen, kann man garantieren, für dieses Geld kriegt man ein Kind ein Jahr durch die Schule und dann geht es ein bisschen abwärts, dann haben wir gesagt, wir machen eine sogenannte Riding-Spende, das sind dann 70 Euro, da kann man so ein bisschen mit verbinden, dass die Kids einfach die Möglichkeit haben, an Rennen teilzunehmen, es gibt nicht viele, es sind 3-4 Rennen im Jahr, wo die machen können, dass da aber die Anreise gedeckt ist, dass ein bisschen Startgeld gedeckt ist und dann kann man noch eine kleine Spende machen, da haben wir gesagt, 30 Euro, das soll so ein bisschen symbolisieren, dass dafür zum Beispiel ein Schlauch gekauft werden kann, weil in diesem einen Bikeshop, da gibt es Schläuche, aber da die relativ hohe Steuern haben, ist bei denen ein Standard-Fahrradschlauch irgendwo bei 20 bis 30 US-Dollar. Das ist richtig cool, für jemand, ganz normaler Schlauch. Und dann sind Materialspenden aller Art herzlich willkommen. Wir versuchen aktuell, dass wir die Räder, wo wir runterkriegen, dass wir die selber zusammenbauen, dass die einen relativ neuen Standard haben, also dass das 29er sind, dass die eine Einfachschaltung vorne dran haben, ob 12 oder 11 Gänge ist erstmal egal, und dass es ein Hardtail ist, weil die noch nicht fit auf Mountainbikes sind. Wenn man jetzt den Fullies runterschickt, wenn da irgendwas ist, das steht, also wenn die in den einen Bikeshop gehen und sagen, hier Dämpfer tut nicht, dann weiß der nicht, was zu machen ist. Genauso, wenn wir jetzt sagen, eigentlich hat ja hier fast jeder irgendwo im Keller oder in der Garage ein altes Mountainbike stehen, wo er vielleicht nicht mehr nutzt. 26 Zoll ist einfach in der Industrie mehr oder weniger tot. Wenn dann 26 Zoll Mountainbike-Reifen gebraucht wird, werden sie da unten nie kriegen. Von dem haben wir gesagt, die ersten Bikes, wo runter müssen, sollten irgendwo einen Standard haben. Trotzdem nehmen wir so fast alles an, bunkern das gerade privat ein bisschen ein und wir setzen viel auf so Netzwerkgedanken und wir sind uns ziemlich sicher, dass wir es irgendwann mal hinbekommen, dass entweder ein Container oder per Cargo was Großes runtergeht und da packt man dann auch einfach alles an Material rein, was wir jetzt gerade so kriegen und wenn dann mal eine Masse unten ist, dann hast du ja gesagt, die sind relativ erfinderisch und schärfert relativ gut. Wenn die dann mal zwei, drei kaputte Räder haben oder eins steht, dann kriegen die halt aus dem Ersatzteil Kontingent, wo sie haben, dann das schon wieder fit oder machen aus zwei kaputten ein Ganzes. Das ist so ein bisschen die Zielsetzung, die wir da haben, aber nochmal gesagt, vorne dran steht die Schule, weil Bildung nach wie vor alles ist und da muss ich jetzt nochmal eine kleine Story erzählen, wie Ruanda so tickt. Für die, weil der Radsport, das haben wir auch schon privat gesprochen, ist wie bei uns hier der Fußball. Jedes Kind träumt davon, Rennradprofi oder Radprofi zu werden. Mittlerweile noch Rennrad, ich hoffe in ein paar Jährchen Mountainbike. Trotzdem wird es keiner werden, weil einfach die Hürden, ins Ausland zu gehen, zu groß sind. Im Land gibt es zu wenig Rennen, die haben ein großes Rennen, das ist wirklich für Afrika auch sehr, sehr groß, die Tour der Ruanda. Da mitzufahren ist ein Highlight, aber da mitzufahren ernährt keine Familie, ist so. Was aber viele Vereine oder Clubs in Ruanda machen, die spielen mit diesem Gedankengut, hey Radprofi und so weiter, Westen, Europa. Es gibt auch eine hohe Quote an Sportlern, nicht nur Radsport, die es irgendwie ins Ausland schaffen und sich absetzen, die kommen nicht mehr zurück. Was aber blöd ist, weil somit die Hürde-Visa noch größer ist. Und was das angeht, spielen viele einfach mit Kindern, mit Jugendträumen. Die sagen zu den Kids, hey, bist gut auf dem Rad unterwegs, bist 13, 14 Jahre alt, du brauchst nicht mehr zur Schule. Nee, mach die Schule nicht fertig, komm zu mir in den Club, geh Radfahren. Was Nachwuchs angeht, gibt es einige Rennen, mehr wie im Erwachsenenbereich, weil es die UCI auch gerade fördert, wegen WM und solchen Themen. 25 sind dort Straßenrad-Weltmeisterschaften. Aber hat, wie gesagt, den Effekt, dass die Kids nicht mehr zur Schule gehen und dass unheimlich viele Kinder gehen, wenn die dann mit 20 halt nicht die Leistung bringen, um Radprofi zu werden, was zu 99,9% der Fall ist, dann fallen die halt ganz, ganz tief. Und darum ist der Ansatz von Florent und der Twinleaks Cycling Academy für uns das Prio 1, also Schule zuerst, Schulbildung zuerst und das finden wir ziemlich unterstützenswert. Genau. Und darum sitze ich hier. Ich finde es extrem toll, wenn diese Geschichte geteilt wird, wenn das noch ausgetragen wird, wie man uns folgt auf den sozialen Medien und wenn man uns am Ende natürlich unterstützt. Egal, ob eine Spende oder Mitglied oder das nur irgendwo in seiner Cycling-Community hier erzählt und dann vielleicht dadurch Leute animiert, dass sie mal bei uns vorbeischauen. Ja, also das würde ich natürlich auf jeden Fall, ich habe es auch schon erzählt, verschiedenen Leuten unterstützen. Ich finde es nochmal, um nochmal eines vielleicht klar zu machen. Das Problem ist halt, in einem Land, in dem die Leute gerne Fußball spielen, dann ist halt der Vorteil wahrscheinlich, dass die Chance natürlich ungleich viel größer ist, dass sie damit vielleicht irgendwie mal zumindest ein Auskommen generieren. Wenn man sich jetzt mal überlegt, wie viele Radprofis gibt es, die davon wirklich gut leben? Also, ich sage mal, ganz oben in der Spitze kann man das relativ schnell zusammenzählen, aber es gibt wahrscheinlich keine tausend Fahrer in der World Tour. Allein die Bundesliga hat so viele Fußballspieler. Also vielleicht die Bundesliga und die zweite Liga. Und die verdienen wahrscheinlich alle mindestens so viel wie wahrscheinlich die besten Helfer bei den großen Teams. Und nach unten hin wird es halt schnell dünn. Du sagst es selber schon, auch in deinem eigenen Fall letztendlich, jemand, der wirklich, sag ich mal, eine Karriere entwickelt hat, hat trotzdem nicht so viel Geld, dass er dann nicht weiß, was er mit tun soll. Und dementsprechend gibt es einfach wenige Menschen, die mit Radfahren Geld verdienen. Und deswegen ist es auch besser, wenn die Kinder da letztendlich die Schule in den Fokus erstmal stellen. Und wenn das Fahrradfahren als, sag ich mal, ambitioniertes Hobby entwickelt wird, dann kommt vielleicht tatsächlich irgendwann mal auch ein Radprofi raus, der es vielleicht wirklich schafft. Aber natürlich muss man immer dann, glaube ich, das so ein bisschen in den Kontext stellen und sagen, also wie viele schaffen das, selbst in Deutschland oder überhaupt auch in den großen Radsportnationen. Es ist nicht so, dass da von den ganzen Kids irgendwie 10 Prozent durchkommen oder so, sondern da reden wir von wirklich ganz, ganz wenigen. Und deswegen muss ich sagen, finde ich sehr interessant, dass sich das so ein bisschen entwickelt hat. Also dass ihr das auch quasi wahrscheinlich einfach so ein bisschen der Grundgedanke, dass der sich quasi entwickelt hat zu einem neuen Konzept, aber das wahrscheinlich einfach sehr viel sinnvoller ist. Ich hoffe, dass es am Ende sinnvoll ist und aktuell ist es so, also wir haben jetzt schon einige Schulspenden auch bezahlt, dass es funktioniert. Also wir haben da auch sehr großes Vertrauen in den Florent. auch noch mal zu dem Thema eben Talente oder wer es schaffen kann. Talente haben die Visant am Meer. Da muss man jetzt so ein bisschen vielleicht auch die Trainingswissenschaft rausholen. Also Ruanda liegt in der Höhe. Was die permanent machen, ist Höhentraining, was gerade im Radsport mehr oder weniger das Tool ist, um die ganzen Winnie Pools, Remco's und so weiter, dass die da vorne mitfahren. Die sind auch permanent im Höhentrainingslager. Dann das ist so ein bisschen alte Schule, K3, also Kraft am Berg. Und du hast gesagt, die haben diese Lastenräder, Taxiräder, die haben Fahrräder, wo ein 200 Kilo Kartoffelsack hinten drauf steckt, mit einem Gang. Und da fahren die, Ruanda landet 1000 Hügel, halt richtig Berge hoch. Also rein trainingswissenschaftlich gesehen, züchten die Talente ohne Ende. Aber die werden es trotzdem nicht schaffen, auch wenn sie sportlich gut sind, weil das Gedankengut oder auch die Art und Weise, wie die leben, schon sehr konträr zu dem ist, wie jetzt hier in unserer westlichen Welt Sport auf elitärem oder auf Profi-Niveau betrieben wird. Also da gehört ja schon ein bisschen mehr dazu, wie das man Talent hat. Und wie gesagt, eben diese große Hürde, dass die so gut wie nie ins Ausland bekommen. Ich hatte einen Sportler hier, den haben wir eingeladen und dass der überhaupt ein Visa bekommt, war ein riesen Heckmeck. Ich musste bürgen, zig Leute von Ruanda, Federation, Staat, alle waren irgendwo involviert, bis der mal kurz ein Visa bekommen hat. Und dann ist es schon so, dass diese Blase, wo in Ruanda herrscht, weil die natürlich auch kaum irgendwo zum Urlaub, zum Arbeiten im Ausland sind, also das ist wie so ein Klischee. Es ist der goldene Westen. Also da wächst praktisch das Geld auf Bäumen und wenn du da eben gut Fahrrad fährst, dann bist du ein gemachter Mann oder Frau und hast für das Leben ausgesorgt. Also dieses Bild ist in diesen Köpfen drin und mit Sicherheit, was ich vorhin gesagt habe, catchen auch ein paar nicht so schlaue Coaches oder Leute, die so Clips betreiben, somit auch die Kinder und sagen, wenn du Profi bist, du schaffst es, du gewinnst Tour. Also das ist eigentlich, finde ich, ein ziemlich fragwürdiges Spiel, was die da treiben. Und da ist dann ja einfach eben dieses Thema Bildung nochmal ein Stück wichtiger, einfach, dass das wirklich sitzt, weil das beweist Florent, er hat einen Job, er kann sich ein Auto leisten, er hat ein Haus, was ganz wenige Leute eben in Ruanda haben und wo auch so die Perspektive echt bei vielen nicht rosig ist, weil halt eben Schule nicht sitzt. Ja, das fällt mir noch eine Sache ein, die man vielleicht auch verstehen muss. Das ist eine Bevölkerung, die ist erstens sehr, sehr jung und aktuell leben, also ich sage mal, wie viele Prozente sind, weiß ich nicht, aber es leben, die Mehrheit lebt quasi in kleinbäuerlichen Verhältnissen, in den Städten oder in der Stadt, sage ich mal, vielleicht nicht, aber das Problem ist natürlich, die Gesellschaft wächst so schnell, die können nicht irgendwie überall noch ihre Hütte und Felder machen in Zukunft. Also die brauchen Bildung, um überhaupt eine Zukunft zu haben, weil Ruanda, also ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber ich habe das als ein sehr volles Land wahrgenommen, da ist echt was los und eigentlich ist man selten irgendwie alleine und ja, der Platz ist wirklich, glaube ich, ein Problem, das denen dann irgendwann mal auch noch wirklich Schwierigkeiten machen wird, weil wenn die natürlich weiter so wachsen, ich weiß nicht genau, wie die Zahlen waren, aber das sind so Prognosen, dass die dann bis in 15 Jahren irgendwie 30 Millionen sind, also quasi fast verdoppelt die Bevölkerung so, also wirklich absurde Wachstumszahlen und dann gerade unter dem Aspekt ist es natürlich umso wichtiger, dass die dann auch die Chance haben, sich zu bilden und vielleicht dann über diesen Weg ins Ausland kommen, vielleicht irgendwann. Dazu nur ein bisschen Anekdote oder Geschichte einfach des Landes, Größe, ich habe es nicht genau im Kopf, aber man sagt so, Rheinland-Pfalz ist ähnliche Größe und wenn du jetzt eben sagst, Prognosen 30 Millionen auf der Fläche von Rheinland-Pfalz, ja dann ist volle Hütte, nichtsdestotrotz, die Art und Weise, wie die halt aktuell leben ist, du hast gesagt, viel Familien, kleinbäuerlich, weil einfach dann klar ist, dann sorgt jemand anders für den anderen. Wenn von einer Familie mit zehn Leuten einer einen Job hat, dann versorgt er halt zehn Leute, gell, somit ist für die auch irgendwo aktuell gar kein Anlass da, das zu ändern, weil es funktioniert ja noch, aber dieses noch hast du eben angesprochen, ich glaube, das ist eben nicht mehr allzu ferner Zeit eben nicht mehr möglich und dann geht es nur, wenn halt von diesen zehn Leuten, vielleicht müssen nicht alle zehn Arbeiten gehen, aber mindestens mal irgendwo die Hälfte, gell? Ja, genau und was man vielleicht auch noch wissen muss, eben Ostafrika, da gibt es ja auch so eine Ostafrika Union, Handel und so ist ja dort ein Thema, das sehr stark mit Zöllen bekämpft wird, das ist ein großes Problem, da gab es die Geschichte mit diesem Motorrad, ich weiß nicht, ob du die gehört hast, das ruandische Motorrad, da habe ich so einen Bericht mal darüber gesehen, wenn das interessiert, googelt mal, findet da bestimmt, das ist wirklich spannend, also die müssen wirklich alles im Prinzip selber machen, weil, wie du ja auch gesagt hast, das ist ein Betülschlauch, der kostet bei uns vier Euro oder fünf Euro, der kostet ja 20 Dollar, weil eben Einfuhr ist wahnsinnig teuer und wenn die nicht das Know-how selbst oder aufbauen in ihrer eigenen Bevölkerung, dann kommen die nicht weiter, das ist wirklich ein Problem, also ich finde es sehr spannend, dieses ganze Land, wie es entwickeln soll, diese Vision von Kagame auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Realität, also da sind große Lücken, glaube ich. Kagame ist der Präsident und der hatte nach dem Genozid eine Vision und das ist auch für Afrika ziemlich außergewöhnlich, dass der so weit in die Zukunft denkt und Pläne schmiedet und ich sage immer, ich halte Vorträge über diese Geschichte oder alles, was wir erlebt haben, vielleicht auch noch neben den Spenden, die ihr machen könnt, ein netter Hinweis, wenn ihr ein Radclub seid, wenn ihr eine Firma habt, die für dieses Thema affin sind, komme ich da auch gerne mal vorbei und halte einen Vortrag drüber. Ne, was der Präsident gemacht hat, ich sage immer, Präsident war ein schlauer Mann, aber hat vieles nicht zu Ende gedacht und dieses Thema eben hohe Steuern und Einführzölle, das hat er deswegen gemacht, weil er gesagt hat, okay, wenn wir, das ist ein Teil seiner Vision, dass Ruanda das fortschrittliche Land in Afrika werden soll und wenn wir das erreichen wollen, müssen wir es selber produzieren und Ruanda hat kaum Bodenschätze, ein bisschen Gold, ein bisschen Mineralien haben sie schon, ein bisschen Tee, ein bisschen Kaffee, aber kaum Dinge, die sie exportieren. Das ist meiner Meinung nach auch ein Grund, warum der Westen diesen Genozid schon wahrgenommen hat, aber nicht groß interveniert hat, weil es nichts zu holen gab, kein Öl, kein Gold und so hat er gesagt, okay, wie kriege ich das hin, dass die Leute hier produzieren, dass wir Agrar machen, dass wir selber anbauen, dass wir Klamotten selber machen, dass wir Möbel selber schreinern, das kriege ich nur hin, wenn ich die Dinge, wo aus China kommen oder so, teuer mache mit Zoll und so hat er es geschafft, dass in dem Land dann doch relativ viel produziert wird und dass das auch interessant wird für ausländische Firmen, also auch deutsche Firmen sind da mittlerweile aktiv, VW hat ein Werk, Biontech hat ein Impfwerk jetzt hochgezogen, also da geht schon was, aber ich sage dann immer, eben Präsident hat nicht zu Ende gedacht und jetzt gibt es sogar seit letztem Jahr die Regel, dass Dinge aus dem Ausland, die touristisch und sportlich dem Land etwas bringen, die sind jetzt zum Beispiel von der hohen Einfußsteuer befreit, also Fahrräder werden etwas billiger, was für uns als Shift up for Runder gut ist, weil aktuell schicken wir ein Fahrrad immer per Flugzeug runter, wenn irgendjemand ins Land geht, die Person sagt, ich bin hier zum Radtourismus machen, alles klar, Rad bleibt im Land und hat nichts gekostet, wenn wir es per Post schicken würden, landet es am Zoll und hätte jetzt bis letzten Sommer noch gekostet, wir haben es noch nicht probiert, aber theoretisch müsste es jetzt durchgehen, wobei der Versand trotzdem relativ teuer ist, genau. Und so sind ein paar Dinge, wo der Präsident extrem gute Ansätze hat, ich habe es ja erzählt, mit der Grundschule, also Kinder gehen in die Schule, aber es hätte, glaube ich, kostentechnisch nicht viel ausgemacht oder beziehungsweise er hätte bestimmt vom Westen die Hilfe bekommen, wenn er gesagt hätte, hey, ich mache die Schule bis zum 18. Lebensjahr oder so umsonst, aber es sind so ein paar Dinge eben, wo nicht zu Ende gedacht sind, aber wo wir uns auch natürlich mit unserer westlichen Denkweise und so wie mir groß geworden sind, auch natürlich extrem schwer tun, weil es halt einfach Afrika ist. Ja, in Afrika, da laufen die Dinge anders, das muss man schon sagen. Mein Großvater war so Ewigkeiten da und hat es auch immer wieder erzählt, aber naja, es ist wirklich ein interessantes Land, viele Dinge sind ein bisschen kompliziert, manche Sachen sind gut, manche Sachen sind ein bisschen schwierig, also klar, wir haben jetzt, Ruanda ist aktuell eher so in der Presse, weil es darum geht, dass sie da mit Großbritannien einen Deal gemacht haben, dass illegale Flüchtlinge oder Einwanderer, wie auch immer man sie nennen will, in England werden jetzt dann dahin verschifft, da hat der Kagame also eine neue Möglichkeit gefunden, wie er Devisen ins Land bringt und letztendlich werden dafür bezahlt. Und auch so ein Ding, wo man sich so denkt, ja gut, ob das jetzt zu Ende gedacht ist, in einem Land, in dem eh schon viel los ist, ich weiß nicht, wie viele Rheinwohner hat Rheinland-Pfalz, vielleicht, zwei, drei, vier, fünf Millionen höchstens und in Ruanda leben halt fünfmal so viele, das ist natürlich schon ein Unterschied. Aber, um vielleicht die Geschichte Ruandas ein bisschen dann zu beenden, ihr habt da jetzt diese Aktion Shift Up Ruanda heißt sie? Shift Up for Ruanda, okay, wir werden unten mal den Link, ich werde den unten mal rein machen, dann kann man da auf jeden Fall vorbeigehen und ja, wie gesagt, wenn jemand Interesse hat, das auch mal in einem Vortrag zu erleben, dann auch einfach schreiben und das wäre ja schön, wenn es Früchte trägt, ich finde es sehr lustig, das Kürzel bei euch, SU passt sehr gut zu uns in die Gegend, weil wir ja SU als Kfz-Kennzeichen haben, also ich hoffe, das spornt vielleicht noch ein bisschen an, dass du dann im Rheinland entsprechend da auch mal vorbeikommen kannst und ja, ich möchte mich da bedanken, ach so, drei Dinge hätte ich noch, genau, also zuallererst, weil es war ja der Eingang, mein Rennen in Ruanda, ich habe es im ersten Jahr auf Platz zwei beendet und jetzt letzten Herbst 23 konnte ich es gewinnen, also man kann da sehr gut Bike-Rennen fahren, dann auch Thema Tourismus oder es gibt vielleicht auch den einen oder anderen Abenteurer hier im Hörerkreis, Ruanda ist extrem sicher, man sagt so, für Afrika das beste Einstiegsland eigentlich, es ist sicher, es ist sauber, man kann sich da sehr gut alleine durchboxen, also lohnt sich auch ein Besuch, definitiv, und zu unserem Namen, Shift Up for Rwanda, vielleicht noch ein bisschen was, klar, wir sind alles Fahrradfahrer, Shift Up, Kette rechts, kennt jeder irgendwo, aber dieses Eingang hochschalten, das soll so ein bisschen auch bedeuten, dass man nicht nur für sich einen Gang hochschaltet, sondern auch mal für andere einfach was tut, also Shift Up for Rwanda, wirklich für die Leute in Ruanda einfach mal ein bisschen mehr Gas geben, aus der Komfortzone zu kommen und ich glaube, das ist auch etwas, wo unsere Gesellschaft hier, die aktuell ein bisschen träger unterwegs ist, als sonst vielleicht gut tun würde und das ist so ein bisschen der Background von unserem Namen eben. Dass da jetzt irgendwo ein Autokennzeichen bei euch in der Ecke widerspiegelt, war natürlich auch pure Absicht und muss honoriert werden mit der einen oder anderen Spende, ganz klar. Auf jeden Fall, das ist mit dem SU übrigens so viel interessant, wir sind, ich glaube, der zweitgrößte Landkreis in Deutschland, wir haben 600.000 Einwohner, meine ich, also wir sind viele und vielleicht kommt ja da wirklich was, aber du sagst auch nochmal, auch mein Erlebnis, also Rwanda ist wirklich ein sehr, sehr sicheres Land, sogar der Verkehr wird da mittlerweile sehr gut geregelt. Du hattest mir noch gesagt, glaube ich, wo die eigentlich her sind, weil ich habe nur gesagt, es sind die gleichen Säulen, die da fotografisch festhalten, wer sich zu schnell im Verkehr bewegt. Du hast gesagt, das ist eine Firma auch aus Rheinland-Pfalz, oder wie? Also ich meinte, du siehst dort unten deutlich mehr moderne, runde Blitzersäulen wie bei uns in Deutschland und zwar wirklich gefühlt jeden Kilometer und das war auch irgendein Deal, wo die Regierung von Rheinland-Pfalz, weil die eine enge Partnerschaft mit Rwanda pflegt, eingefädelt hat und ein Mainzer Unternehmen hat das geliefert und vielleicht sich da auch ein paar Euros verdient. Genau. Also Ingo, dir nochmal vielen Dank für die Chance, das zu erzählen, diese Geschichte und ich freue mich, wenn dann nach und nach mehr Follower bei uns aufploppen und spenden eingehen. Ja, sehr gerne. Ich habe mich zu bedanken für dieses interessantes Thema und liegt mir auch am Herzen, weil ich Rwanda auch als sehr, sehr gastfreundlich vor allem fest kennenlernen konnte und insofern hoffen wir, dass das einen guten Weg macht und je mehr helfen, desto besser. Ansonsten würde ich sagen, für heute machen wir uns ja Ende, morgen haben wir Rennen, insofern müssen wir jetzt ins Bett und ja, eine gute Nacht, morgen viel Erfolg. Vielleicht wird es auch ganz so gut wie in Rwanda wird es wahrscheinlich nicht abgehen. Wobei, rechnest du dir Chancen aus? Gravel ist fast wie meine Abenteuer alle zwei Jahre, also Neuland einfach mal probieren und ich lasse mich überraschen. Wunderbar, mein Ziel ist anzukommen und nicht hinzufallen und ja, unten schreiben wir alles Wichtige rein, einfach liken, teilen und auch folgen bei Shift Up for Rwanda und ja, danke bis zum nächsten Mal. 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 Das war's für heute.